Willkommen zu Kreativerse. Hi. Ich quatsch immer an die Anmod, sorry. Wir haben Tag. Ja, frag den Toca. Der ist schon richtig genervt von mir. Kann ich verstehen. So, was brauche ich denn? Ich brauche erstmal, was braucht man dafür? Okay, davon brauche ich drei. Twin brauche ich. Eins. Eins. Jingsbums und Don. Ich brauche drei Stones. Ich brauche mir jetzt mal ein Geschwert, weil meins ist gleich gut. Was man wohl aus diesen Queen Bee Blöcken machen kann, ey. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir noch herausfinden, aber wir haben die Zeit. Also ich habe die hier jetzt in die Bäume gepflanzt, in der Hoffnung, dass da Honig dran wächst. Äh, haben wir keinen Stein mehr? Tut sich nicht. Fehlt auch eine Kiste. Steine? Ja, sonst sammeln wir uns Steine, ne? Hm. Ähm, so. Was brauchen wir denn dafür? Ich bring dich an. Wo brauch ich drei? Ähm, Red, Rode. Oh, Trims brauch ich ja auch. Wie viel brauch ich? Ups, äh. Klick, 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 klick. Oh nein, was macht der denn? Der will mich doch nicht umbringen. Ähm. Gut. Tränke sind effektiver, nehme ich an. Vielleicht sollten wir mal was machen, aber ähm, als nur Pilze fressen. Ich guck mal, was wir so machen können. Potions. Potions? Ähm, was habe ich jetzt alles? Ich habe jetzt, äh, davon habe ich genug, davon habe ich dann auch genug, so für zwei. Wenn du mir sechs Steine gibst, und dann muss ich noch gucken, wo ich es nie verstelle, das ging auch irgendwie, ähm, dann kann ich uns zwei Steinschwerter bauen. Äh, Stein brauchst du? Sechs Stück. Ich habe hier 49, ich weiß nicht, wie ich die teile, deswegen... Ach so, ähm, Kiste rechts, habe ich die, packe ich die jetzt rein. Wir können ja nur über Kiste handeln, glaube ich. Oder was passiert, wenn ich mit leerer Hand auf dich rechts klick? Gar nichts. Nichts. Wie kann ich noch was nie verstellen? Das ging doch irgendwie. Ich wollte doch noch Boden machen hier, ne? Aber ich wollte auch noch Holz machen. Ich habe noch Holz. Das hast du ja letztes Mal gemacht. Das habe ich aber jetzt. So, und habe ich. Aber wie konnte ich es nie für erstellen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt einfach mal ein bisschen hier vor, ein bisschen da vor. Äh. Okay, wir haben außerhalb der Aufmerksamkeit. Kurzen Monster, die Töte zum Legitiris, das war da, das wollte wegrennen. Ja, das mussten wir, die Chance. Die Töte, dann haben diese Artstone noch bekommen. Genau, die Chance mussten wir nutzen. Die mussten wir nutzen, die Chance. Gut und sehr leid. Aber, war schon. Ich bin mir nicht so sicher. Nee. Was macht man da raus? Knochen? Auch aus fossilen kann man Knochen machen. Okay, wie zu wissen. Oh, habe ich. Achso, da habe ich eins. Was mache ich mit Knochen? Weiß ich nicht. Ähm, Schwerter, oder nicht? Brauchst du nicht für Holzschwerter? Echt? Oder? Ich probiere gerade. Ich weiß nicht. Hm. Alles nicht. Alles nicht. So, so, so. Nehmen wir jetzt einfach alles mit. So, so, so. Und so, und so, und so. Das ist wieder der Minecraft-Effekt. Zack, zack, zack. Wir haben noch gar keinen Extractor aufgestellt, ne? Wo sollen wir denn? Äh, nee, den müssen wir ja auf Erzen platzieren. Achso. Hm. Okay. Okay, ich weiß nicht mehr, wie man diese scheiß Dinger herstellt. Ich habe die doch hergestellt. Letztens konnte ich das irgendwo. Wie mache ich denn Türen? Türen. Türen, 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 Türen. Oh, stimmt. Warte, das kann ich auch gleich noch herstellen. Oh, in bed? Shredded Leaves, Wooden Roadstone Road und Twin Twin. Haben wir Twin? Ich habe mal unsere Saplings mit in die Branche gebaut, da kann man Bäume anpflanzen. Ah, ja. Aber denk dran, dass du die Blätter nicht abbauen kannst. Ne, ich meine halt auch so zu deko- und dann später. Wie baue ich denn diese komischen Sneaves? Ich weiß es nicht mehr, Mannu. Wie kriege ich denn Twine? Crafted. Twine? Twine, das kann ich craften, aber wie? Das ist ein Twine. Kann ich noch nicht craften. Oh, ich kann, ich kann es bauen, hä? Da weiß ich auch noch nicht, was das ist. Ich habe doch nur eins, oder? Und ich habe 13 Sneaves. Ich weiß doch doch nöt. Ich weiß doch so. Soll dann, soll dann. Ah, ist das mein Schwert, was da drin ist? Ah, jetzt sind zwei Schwert da drin. Jetzt nicht mehr. Ne. Pack dir mal eins in die Kiste. Ja. In die rechte. Ich glaube, du hättest es selber craften sollen. Ich habe nämlich, glaube ich, ein neues freigeschaltet. Ach, doch. Ja. Ich habe Obsidian-Sword. Egal, wir brauchen eh noch mehr, denke ich mal. Ach, dann hattest du sogar schon Twine. Wo hast du das hergehabt? Wo hast du das hergehabt? Stronger than three, but less. Wie machst du aus diese Wines-Dinger, die packst du da rein, in das gelbe, in den Prozessor und dann kriegst du die raus. Aber wie geil. Ja, dann, oh. Dann nehme ich mir mal gerade meine Wines. Oh, ne, die waren ja in meinem Inwetter. Und packst sie in den Prozessor. Äh, ja. Ja, davon kannst du gleich noch ein paar machen, weil ich mache mir jetzt erstmal ein Stück Rüstung. Aus einem werden vier? Dann mache ich mir gleich noch ein paar mehr, mache ich mir zehn Stücke oder so. Oh, ich kann mir jetzt einen Obsidian-Helm machen, okay. Six, sieben, acht, neun, zehn. Gut, dann brauchst du jetzt nicht mehr. Und Arm-Dings-Bums. Wow. Und Arm-Dings-Bums. Das heißt, ich brauche mal Brustplatte und, ja, was brauche ich noch? Ach so, Twines. Twines und Knopf. Ah, dafür brauchen wir die Knoppen. Ah. Leider muss ich sagen, du kommst wieder abgehackt über den TS rüber. Leider, leider. Ja. Ja, red mal vorsichtiger. Ja, übelst du Stress oder was? Was ist denn von mir? Sag mal, können wir uns schon in die Tiefen wagen, was meinst du? Also das Steinschwert, die Pixies, die, ähm, die gehen, hast du dir schon Rüstung gemacht? Nee, ich habe auch nicht viel Leben, aber ich habe, ich habe ein paar Tränke. Acht Stücke, um genau zu sein. Ich nehme mal einen. Ja, aber ich baue mir gerade die Rüstung und dann kannst du dir danach auch eine bauen. Ja, die müsste ich ja selber bauen. Weil, wegen Fortschritt und so. Ich muss mir auch noch ein Steinschwert machen, mir ein Ersatzsteinschwert. Oh, gehen wir auch schnell. So, jetzt habe ich alles. So, E. Aha, Scheibenhonig. Nicht geschafft, den Sprung. Was ist das in meinen geilen Klamotten? Jetzt habe ich über 70 Verteidigung. Wow. Das machen wir mal da drauf. Hast du Bock auf einen Ausflug in die Wüste? In die Wüste? Ja, ich gehe mal in die Wüste. Was ist das? Das können wir gleich machen, ich packe noch Korallen. Diese Sachen da irgendwo rein. Ich nehme Korallen mit. Kisten bauen? Dafür brauchen wir Bienenwachs. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe. Habe ich dabei? Oh, ich habe sieben Bienenwachs. Ja, müsste noch was möglich sein. Wenn ich gleich nach Hause komme. Aber ich will den Rocks daher noch umhauen. Ja, ich lasse den eh so gut. Wir brauchen die vierte Kiste mit den Dinger. Da muss ich erstmal was reinmachen, weil ich will nicht so viel mitnehmen. Je weniger wir mitnehmen, umso weniger können wir zur Not verlieren. Ich meine, wir kommen ja wieder zurück. So sieht es aus. Nehmen wir die Pilze mit. Essen wir die braunen Pilze? Ich glaube, die braunen brauchen wir nicht mehr so viele von. Ich packe mal die Crafting Tables alle mit ins... In die Kiste, Mann. In die Kiste, ey. Woher komme ich denn hier vor? Oh, ein Taxi. Achso, ich bin doof. Ja, ich... Okay. Ehm... Das ist richtig gescheuert hier. Schäuert hier. 3-0, kein Platz mehr. Inventory. Oh, okay. Guck mal, mein Neues. Wow. Ja, das Schwert habe ich ja auch. Ja, jetzt machen wir 15 Damage damit. Achso, hast du schon rausgenommen, die Twines, ne? Die sind alle hinter dir. Alles in den Kisten. So was wollt ihr euch machen? 5 Twines reichen, ja. Ich mache schnell zwei Türen. Oh, ich kann jetzt ja auch... Ach, ich kann jetzt ja auch. Ich habe Twines. Ich kann ja... Ich habe auch jede Menge Leder. Ich kann Armgards machen. Craft. Dann könnte ich mir noch einen Helm machen. Craft. Warum habe ich kein Leder? Das kann nicht sein. Habe ich das weggepackt? Hier ist es drinnen, in der rechten Truhe, da. Ach, in dieser rechten, alles klar. Ja, zehn Stück, da mache ich mir noch ein bisschen was. Dann baust du da irgendwo einen Teleporter hin ins Haus? Ähm... Hast du den schon? Ne, warte. Da ist er. Dann nehme ich meinen mit und haue den alle fünf Meter irgendwo hin. Hier in die Ecke. So. Ähm... Der Höhle wäre nicht schlecht. Ich gucke mal ganz kurz. Was fehlt mir denn? Oh, Kiste. Also, ich habe Helm und ich habe Armguards. Und ich könnte mir theoretisch schon... Obsidian Helm mit können wir bald machen. Ja, kann ich auch machen. Gut, aber ich mache mir erst Breath Plate. Dafür braucht man auch einen Baum übrigens. Kann ich das abbauen? Und was fehlt mir noch? Armguards habe ich. Leggings. Craft. Ähm... Ich habe eine Höhle gefunden. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Direkt in deinem Haus. Leuchtet die mal ein Stück aus? Wollen wir jetzt in eine Höhle? Ja, würde ich sagen. Sag mal, wo sind die anderen Sachen hin? Ich hatte doch... Jetzt habe ich das, was blau leuchtet. Habe ich die noch... Ach, die habe ich noch nicht rausgenommen. Obsidian. Oh ja, ich komme in einen Extractor. Ich habe zwei. Ah, ich habe auch einen. Ich packe nochmal eben meine Sachen hier irgendwo in die Kisten. Ich mache das jetzt mal nicht sortiert, ne? Oh, das ist ja alles voll. Ach du Scheiße, der dauert ja Jahre. Warte mal, die Hofen können da rein. Wie viel? Fünf Minuten für einen Obsidianblock. Oh, ho, ho, ho. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Aber hier sind ein paar davon. Ähm, was kann ich denn noch hier reinpacken? Die blauen Blumen? Oh, man kann die jetzt wahrscheinlich raus holen. Der ist jetzt gerade beim ersten noch dran, ja. Der braucht immer noch den ersten noch. Hm. Der braucht ewig. Wie viel Extractor hast du? Wie viel was? Extractor 2. Okay, bring die mit. Dafür haben sie noch zwei Blöcke. Soll ich noch welche bauen? Ich habe noch... Ähm... Extractor, da können wir nämlich ganz viele von machen. Wir haben ja noch drei Blöcke, ich weiß, ja, können wir machen, aber... Dafür brauche ich nur Stone Slap und, 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 ähm... Water Slap, Water Slap. Aber die Fackeln sind jetzt auch nicht so beleuchtend. 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 Der ist gut. Ich glaube, da ist noch mehr Obsidian. Ähm, Stone brauche ich noch. Sandstone. Sandstone. Wo ist Sandstone? Sandstone nehmen wir mal mit. Wo hatten wir denn den Stein? Hast du Steine im Inventar? Ne, die sind in der Kiste, ganz ganz rechts, wo die Notes drin sind. Echt? Echt? Ach so. Ah. Ja, ich habe Obsidian. Gut, dann mache ich in einem Prozessor jetzt ein paar Wooden Slaps. Oder Stone Slaps erstmal. Ist aber auch nur Obsidian, aber wir müssen den irgendwie noch verumwandeln nachher. Und hier geht es ja schön tief runter, muss ich dir mal sagen. Ah. Hast du... Ach so, sag schon. Wie heißt das? Fackeln? Hab ich. 33 noch. Oh. Äh, Holz... Ne, da nicht. Oh, da sind ja noch Stone Slaps und Wood Slaps. Die nehme ich mal schon mal raus. Dann kommt... Kann ich noch eine neue Kiste machen? Was brauche ich denn nochmal dafür? Bienenwachs, glaube ich. Oh, ich kann ja eine Stone Chest machen. Sehr geil. Da mache ich mir direkt zwei von. Da habe ich nämlich noch genug Stone Slaps für. Wunderbar. Collect Items. Und dann kommen die... Oh, die Höhle hier ist geil. Oh, das fängt schon an mit dem Organisieren hier, ne? Bei mir. Ja. Das Spiel ist vorbei. Wir sind aber Organisieren. Oh, da sind zwei Obsidianen. Jetzt hat er das dritte Obsidianen schon abgebaut von sechs. Krass. Also er braucht fünf Minuten für sechs Obsidianen ab. Also oberst, ne? Der Extractor. Also wenn wir, wenn wir unsere Kisten aufräumen, das könnten wir dann auch ruhig mal offscreen machen, Leute da draußen, ne? Das machen wir dann ohne eure, äh, euch zu langweilen. Das hat mich mein Minecraft auch immer schon so gestört irgendwie. Wenn ich Kisten sortiert habe, das ist ja mal sehr anweilig. Das muss man doch nicht zeigen. Ja. Naja, und sonst können wir das ja auch streamen. Deswegen war ich genau wie Streams einfach. Jetzt ruft der auch noch an. Oh. Der muss jetzt kurz warten. Ja, der Paco zieht ja um. Der zieht nach Afghanistan. Nicht. Genau. Zu Kinsi. Ja. Hallo Mahalla. Ey, mein Inventar ist komplett leer, ne? Da ist nur noch Wood Mining Cell drin. Eine ekle im Wandstrand. Nur noch zwei Wood Mining Cell. Die können eigentlich weg. Boah, die war jetzt ohne Ende auf dem Boden, ey. Die behalte ich aber nochmal zur Sicherheit. Guckt ihr das an? Kann ich nicht ins... Was denn? Siebenmal Wienwachs. Sehr geil. Die lagen auf dem Boden. Hä? Oh, da war so ein Erdbaum. Hä? Ein Erdferd. In der Höhle? Ich dachte, du wärst in der Höhle. Ja, da war ich auch. Aber dann bin ich raus, weil ich da was Schönes gesehen habe, weil ich nicht mehr weiß, was es war. Okay. Hä, was soll ich da oben auch machen? Der Obsidian braucht ja ein Jahr. Weißt du, wie viel Extractor ich jetzt gemacht habe? Ich habe einfach mal acht Stück gemacht. Ja, gut. Ich rufe den gleich an, wenn wir vorher eine Pause machen. Jo. Und so. Noch ein Obsidian. Das warte ich nur auf die 20 Sekunden und dann machen wir die Kunden beenden. Wo bist du denn? Wo ist denn das Obsidian? Ich kann dich ja theoretisch... Ne, du bist zu weit weg. Oder? Ja. Wahrscheinlich schon. Ich kann das nicht nehmen. Achso, ich habe schon zwölf. Ist ein Bug. Jetzt ist das letzte fertig. Wä, 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 wä. Geh kaputt. Okay. Hab ich sechs? Ne, hab ich nicht. Nimm das doch, ey. Dummes. Bestimmt, ich sehe dich gar nicht mehr auf der Karte. Kannst du deinen Teleporter setzen? Dann gehe ich da hin. Hast du einen im Haus? Ich habe einen im Haus, ja. So, jetzt. Teleport. Warum hat er es nicht raus? Vacoitra. Teleport. Er nimmt das nicht mehr raus. Prost. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Kann das nicht mehr rausnehmen? Oh, das ist halt so. Geht auch nicht. So, geht auch nicht. Nehmt meinem Extractor das Kohleding raus. Äh, das Kohle Zidane raus. Bäh, das war ganz komisch. Was? Wer nimmt es nicht? Ah, hast du es? Ich habe es anscheinend. Warte mal. Ne, habe ich nicht. Das müssten wir gleich mal gucken, was damit ist. Oder hast du das? Ne, der Extractor ist weg. Oder verschwindet der? Wenn man den benutzt. Das kann nicht. Nein. Naja, aber ist nicht schlimm. Der ist aus Stone & Wood, ne? Ja. Obsidian Node. Okay. Wollen wir kurz zum Haus und dann machen wir die Folge beenden? Hm, ja, ich setze nur noch den Extractor. Wir können ja hier zurückkommen. Du kannst ja den setzen lassen, ne? Auch die verschwinden nicht, wenn wir aufhören müssten. Der spampt mich schon voll auf WhatsApp, ne? Ja, lass uns schnell nach Hause. Ich muss noch Türen bauen. Ja, ich bin zu Hause. Ja, die machen wir kurz auf-screen rein, denke ich mir. Dann kann ich schon mal anrufen. Okay. Dann machen wir die Türen jetzt auf-screen rein. Ja, klar. Habe ich schon gesagt. Die sind größer, ne? Ja, die sind ein kleines Stück größer. Vier Stück sind vier Stück. Dann können wir aber nochmal anrufen, glaube ich. Gut, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir mal die Folge. Danke fürs Zusehen. Jo. Das finde ich auch. Danke fürs Zusehen. Tschüssi. Ciao.